So Freunde, nur mal hier als Beispiel. So sieht die thailändische Elektriker aus. Da wird jeder Elektriker bei uns die Krise kriegen. Aber es funktioniert. Es muss ja nicht alles so reglementiert sein wie bei uns. In dem Land, in dem wir gut und sicher leben. Swingersmiley. Es funktioniert. Die haben alle Strom, die haben alle Energie. Es funktioniert. Ja. Why not? Oder gibt es auch selten einen Kurzschluss hier. Nur mal zur Info. Für alle Elektriker zu Hause oder Hobby-Elektriker oder was weiß ich.